Jetzt am Wort Rudolf Taschner von der Volkspartei. Das ist natürlich keine Farce, dass es erhöht wird, sondern das ist Tatsache. Möchte ich eine Fußnote noch unterbringen. Es ist ja in der Krise so, dass das Bedürfnis danach stark wächst, nach Tröstung, wenn Sie so wollen, nach Linderung, nach einer Ermutigung. Und manche versuchen das in der Religion zu finden, was ja komischerweise jetzt in dieser Krise kaum gehört wurde, was ja an sich ein sehr interessantes kulturelles Phänomen ist. Und viele versuchen es in der Kunst zu finden. Und ich möchte als Symbol zum Beispiel nur hinstellen, am 2. November, an diesem schrecklichen Tag des Terrorangriffes, als das Publikum der Oper im Haus bleiben musste und nicht weg kann und in Bangigkeit und in Sorge dort gesessen ist, haben vier Wiener Philharmoniker im Orchestergraben mit Kunst diese Situation aufzuheben vermocht. Interessanterweise haben sie dabei Heiden gespielt, also keinen Zeitgenossen. Aber wie dem auch sei, wir werden natürlich mit diesem Budget viele Zeitgenossen auch fördern. Und wir werden natürlich uns das Risiko, auch damit des Risikos bewusst sind wir uns, dass bei dieser Förderung unter Umständen nicht nur Bleibendes und Wertvolles, sondern vielleicht auch Zeitgeistiges und Albernes gefördert wird. Das muss man halt auf sich nehmen. Aber Frau Staatssekretärin, ich weiß, dass Sie den scharfen Blick dafür haben, hier die richtige Auswahl zu treffen. Es werden keine Duftmarken gesetzt, wie da irgendwie verkündet worden ist, sondern es werden tatsächlich wesentliche Förderungen gegeben, die uns da weiterhelfen. Ich glaube, dass dieser Blick, den Sie da haben, da bin ich mir recht sicher, weniger sicher bin ich mir, zum Beispiel bei der Stadt Wien, Frau Kollegin Brandstetter, nicht? Also da ist es doch ein bisschen eigenartig, wie sich da das Kultur- und Kunstprogramm in der künftigen Regierung ausmalt. Da ist es eigentlich nur ein more of the same, etwas inhaltsleer. Hochinteressant. Das ist eher, das war früher nicht so. Da gab es Akzentsetzungen, zum Beispiel von Jörg Maute oder von Peter Marble. Aber jetzt, jetzt ist das einst vor Jahrhunderten oder vielleicht noch Jahrzehnten, wurde von der Sozialdemokratie das Feuer getragen. Jetzt verwalten Sie bestenfalls die Asche. Und Sie glauben dann, dass Sie bei dieser Asche noch in dieser Koalition warm werden können. Das wird nicht der Fall sein. Es gibt aber Feuer, das noch kulturell wächst. Und dieses Feuer sieht man zum Beispiel bei den Salzburger Festspielen, ist es wunderbar zum Beispiel gelungen, großartig gelungen. Die hatten es wirklich zustande gebracht, in einer prekären Corona-Situation ein Signal zu setzen, Markus Hintreus hat es gesagt, ein Signal zu setzen, das Stärkste und Vitalste und das Wesentlichste, das man an die Welt senden kann. Und darum ist es auch gut zum Beispiel, dass wir die Festspielhäuser unterstützen und viele andere Projekte, Frau Staatssekretärin, Sie haben sie alle genannt. Das sind alles tolle Akzente, die gesetzt werden. Daran kann sich eine Koalition, die in Wien gebildet wird, ich würde sagen, man sollte sie rostrot nennen, für ein Beispiel nehmen. Ich glaube, das werden Sie nicht ganz zustande bringen in Wien. Sagt Rudolf Taschner von der ÖVP. Neben Lob am Kulturbudget der Bundesregierung gibt es Kritik an der Rot-Pinken-Koalition in Wien. Laut Taschner wäre im Bereich Kultur wenig im Regierungsübereinkommen vorgesehen.